Okay, wir gehen nach zur Baustelle. Und hier ist ein A, ähm, ein A-Siegel. Aber jetzt, wo wir gerade hier sind, könnten wir eigentlich, ähm, doch gleich mal die Sachen für unsere C-Uhr fertig machen. Was haben wir hier für einen Yokai? Was bist du? Was auch immer das ist. Nascha? Voll niedlich. Auch super ekelhaft. Schauen wir mal. Nascha möchte Nudeln. Haben wir Nudeln? Wir haben, ähm, ja, wir haben Inselnudelsuppe. Gönn dir. Ja, nice. Okay. Paradies. QB kann man bekommen, aber dafür muss man einiges tun. Okay. Ich bin gespannt. Timo Level lieber, bevor du reingehst. Okay. Okay, mach ich. Auf welches Level? Wisst ihr das? So ungefähr. Also ich habe jetzt so Durchschnittslevel zu gering wahrscheinlich. Wo konnte ich gut leveln? In irgendwelchen coolen Seitengassen bestimmt. Okay, scheinbar will Nascha nicht mit uns befreundet sein. Sad boys. Hier liegen noch Items. Wir müssen jetzt sowieso noch die, ähm, die einen Yokas finden. Also ich will vorher auf jeden Fall, ähm, die C-Uhr am liebsten fertig haben. Schauen wir mal nach, ähm, Menü, Quests. Hier, Rang C. Es rüstet, äh, die Yokai Watch of. Besiege drei Yokai Spansl. Abkürzung zur, äh, Paukstätte. Äh, Spansl haben wir doch getötet. Aber müssen wir die genau dort töten? Abkürzung zur, äh, Paukstätte. Wo ist denn die, äh, Abkürzung zur, äh, Paukstätte? Kann ich das hier auf der Karte nachsehen? Ich hab keine Ahnung, wo ich dafür hin muss. Ich könnte... Man könnte sogar so laufen, what the fuck. Okay, aber das wollen wir nicht. Wir müssen Abkürzung zur, was? Ähm... Ich hab's mit 17 geschafft, aber der Boss war kritisch, okay. Ah, das sind Quests, die Yokai, die siehst du. Ah, okay. Aber wo ist die... Ich bin über Rot gelaufen. Ah, Juckscher, aber keiner. Was ist da vorne? Eine Labernase. Ist das eine Labernase? Ja. Du musst die Uhr sogar auf C bekommen, sonst kannst du nicht rein. Ah, okay. Dann machen wir das auf jeden Fall. Äh, kann ich mal... Aber wo? Wo finde ich die Abkürzung? Zur... Wohin muss ich nochmal? Äh... Ja. Kann mir ein Spiel ja in der RPG vorstellen. Nein. Wo muss ich hin? Ich bin total überfordert. Blütenbühl-Hauptstraße sind wir jetzt. Und wir müssen... Abkürzung zur Paukstätte. Wo ist denn die Paukstätte? Wenn ich jetzt gerade überhaupt wüsste, wo die Paukstätte ist. Loll, was ist das? Ich kann nicht mehr rennen. War das Petzmeralda? Das sah aber auch irgendwie ein bisschen anders aus als Petzmeralda. Wo ist die hingelaufen? Läuft die hier noch? Ah, da ist sie. Kriegt das was, wenn ich hinterher renne? Ich weiß gar nicht. Hetzmeralda. Hetz, Hetz. Ich heiße Hetzmeralda. Hetz, Hetz. Ich hatte gesucht und bin flüchtig. Hetz, Hetz. Ich habe aus der Spendenbox geklaut. Hetz, Hetz. So schnell gebe ich nicht auf. Ach, muss ich die nicht suchen? Und das Fahrrad. Ah, okay. Ja. Ähm. Also, wo muss ich jetzt hin? Muss ich hier entlang? Nein. Das sind nur die League-Quests wollen. Ich muss die Abkürzung zum Milchvergesse die Dings die ganze Zeit. Abkürzung zur Paukstätte. Die Bar Schneefee kenne ich auch nicht. Und die Andiverbucht kenne ich auch nicht. Ich bin total aufgeschmissen. Tempelstraße. Nein. Ah, wenn du auf Quest gehst und X drückst, siehst du die Map. Das ist gut. Ah, perfekt. Und wo ist das? Also, dort muss ich hin. Moment, ich bin befordert. Also. Zwischen diesen zwei Gebäuden. Also müssen wir dort unten hin. Okay, also nach unten. Okay, ich kann die Karte so offen lassen. Scheinbar. Ähm, dann kann ich hier nicht hinlang. Warum kann ich hier nicht runter? Kann ich da nur irgendwie über die Brücke hin? Ich glaube sie nicht. Ah, hier ist die Brücke. Ähm. Jetzt müssen wir nach rechts. Und dann müssen wir... Ja genau, hier sind wir richtig. Dort rechts irgendwo. Und hier irgendwie in der Seitengasse oder so? Wie war das? Hier? Ist das richtig? Ah, hier. Lecker. Ich liebe diese Energie. Hä? Wer seid ihr? Verderbt mir nicht den Spaß. Ich muss euch bitten, von hier zu verschwinden. Okay. Perfekt. Hallo Spansel. Kann man die füttern? Ne, die sind Questdinger. Okay. Ah, Gingeh with your fin for a time for game. Okay. Das ist Nischarge! Ne, 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 ne. Easy. Leider kann ich die nicht in mein Team aufnehmen. Okay, aber ich will mich hier trotzdem nochmal kurz umsehen. Inspirator, weil die Musik ist lustig, das stimmt. Wo können wir nicht hin? Und hier gibt es nämlich noch... Hier können wir wieder rausgehen, ne? Aber ich will mir diese Gegner dort nochmal genauer angucken, weil die kenne ich nämlich noch nicht. Okay, da ist ein Spansel. Hier gibt es nur zwei. Was sind das für Dinger? Shiba, Agboni und Renitoni. What the fuck? Die kenne ich alle drei noch nicht. Agboni. Mag gern asiatisch. Dann gönn dir doch mal ein Gyoza. Gönn dir. Oh, ich hasse meine Seelen. Toll! Fangen wir ein, okay. Das ist das Wort. Oh, du als Sandwich-Krimpücher. Oh, leil, nice! Agboni nervt sich dich. Daher versuchen, Freunde zu sein. Aber warum mich nicht? Ich dir was auch eher. Agboni anfremden? Ja. Was kann Agboni? Agboni! Kann er sich... Kann man fusionieren? Fusionieren scheinbar nicht. Kann man ihn entwickeln? Okay, kann man ihn entwickeln? Allioka-Entwicklung. Nee, kann man auch nicht. Was bringt er denn? Bringt er überhaupt irgendwas? Naja, okay. Wie gesagt, Gyoza sammeln, immer cool. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Einen Wiesen-Reiskräcker. Und war hier nicht noch irgendwo... Hier haben wir einen Yokai. Und zwar... Was bist du denn? Was ist Tristine? Nee, ich will Tristine nicht haben. Ich habe schon Tristine. Aber... Warum gibt es hier nur einen Yokai auf einmal? Ich will noch gucken... Spanze gab es hier noch. Ich gehe noch einmal rein. Wie viel kostet das Spiel? Ich glaube 40 Euro. Hier ist Spanze. Ich gehe nochmal gegen Spanze. Und gebe ihm mal einen von den besseren Reißdingern. So, von denen hier. Okay, Spanze, bitte. Sei ein guter Freund. Beziehungsweise sei mein Freund. Ach, come on. Na, 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 na. Jetzt ist mir jetzt egal. Doofes Spanze. Das brauchen wir ja nicht. Äh, jetzt von andermassen. Wir haben ja sowieso noch nicht das Item, oder? Was braucht man für Spanze? B-b-b-ba-ba. Eine Energiekugel. Haben wir eine Energiekugel? Ich glaube nicht. Okay, als nächstes, ähm, müssen wir Quests. Ähm, zu Agavoni kann ich die Karte nicht bewegen. Hinter der Bar, ja, aber kann ich die Karte nicht bewegen. Zur Paukstätte Agavoni Bar. Schneefee, runter, nicht, runter, nicht, runter, nicht. Hä, wo ist das denn? Aber der zeigt mir trotzdem nur hier. Also es ist alles hier in dem Gebiet, wo ich gerade auf jeden Fall bin, scheinbar. Okay, und wo ist jetzt die Bar? Ja. 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 Book on, scheinbar nicht so. Und Moon Coffee ist auch keine Bar. Ähm. Ach, da unten müssen wir sowieso. Hä, müssen wir da runter? Ach, das ist die Baustelle, ne? Oder müssen wir jetzt später hin? Äh, für den Bar mit Jibanyan, mit einem Yokai, dass er stärker wird. Äh, ich will den mit, äh, Rebelze-Bub, ähm, versinieren. Aber den hab ich noch nicht. Den muss ich mir später erst fangen. Äh, woher müssen wir denn jetzt? Hier waren wir ja schon. Weil das dort immer noch blau ist.